Und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren neuen Volk Criddle Corpse. Und wie mag ich das spielen? Findet ihr es eigentlich so seltsam, dass ich es immer spiele? Oder, ähm, ja. Und bitte unterlass es einfach, mir vorzuwerfen, dass ich ein Scheiß-Noob bin. Das macht mich aggressiv, ne? Das macht mich aggressiv, Leute. Das macht mich einfach aggressiv. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Ja, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ach, und... Es kann sein, dass es jetzt laggt. Na? Da-da. Opa. Ja, ich muss mal die Challenge fertig machen. Bevor ich weiterspielen kann. Bevor ich weitermal... Spielen kann. Als ob da niemand spohrt. Oh! Kann ich zielen oder kann ich nicht zielen? Da-fuck. Ich weiß Sportschrug. ek, glaube ich. Oh mein Gott, bin ich schlecht, Alter. Oh meine Fresse, der Misch ist uzi, 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 uzi. Okay, übertrieben aber okay. Okay, kann man mal machen, oder? Oder wie findet ihr das? Kann man mal das machen oder nicht? Danke, hast mein Leben gerettet. Aber. Safety, got safe. Vielen Dank. Oh, Revolverheld, man. Motherfuck. Ah, scheiße. Aber ich habe ihnen wenigstens einen Hit gegeben. Wieso können die es nicht standhalten? Boah. Oh, ich hasse die AK-74 oder wie immer die Scheißheißheit. Ist einfach so beschissen. Jo. Genau, ich wüsste mich eigentlich davor. Nicht vorne. Oh. Genau. so easy peasy we haven't done a book for a long time yet save to go hey up clutch I'll come after I'm going to take a look so Sola, dann wollen wir mal. Nein, ich hab dich ein bisschen runtergezählt, ne? Na, na, ist gegangen. Oh nein. Wieso muss der sich bewegen, Alter? Wieso? Oh, meine Fresse, Alter. Jetzt haben wir schon wieder den Scheißpunkt verloren, Alter. Was ist denn los mit uns? Was ist los mit uns? Jetzt erst los. Ich bin nur so scheiße dafür, Alter. Nein, ich bin nur so��selhaft. und wie ich einfach nicht treffe das ist so traurig und wie ich es so traurig so darauf stellen nachladen ich bin nicht mal drauf mein wasser alter war ich scheiße gewesen was war das gerade ich heiße curry koch ich habe youtube einen berg und koch kann da und würde mich ja das mache ich gleich aber ich muss mal die gegner ausschalten weil ich kann es mir nicht leisten so viele gegner zu haben immer spaß ja komm ich auch noch die schule jetzt also schule ihre wollte zu also mein wasser dann nehmen wir doch lieber die nein das akzeptiere ich jetzt nicht die sind einfach nur zu tun um da rein zu marschieren wie ich gezittert habe schon unnormal mein von meine frische von hinten von hinten genommen hat sich so falsch an ist ja auch falsch noch kann ich nicht zielen da kommt wer da kommt noch wer man war das knapp gewesen halt so nein nein, nein, nein Nein, 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 nein. Oh, wieso, wieso. Why did you do that? 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 Oh my gosh. Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? I just don't know. Why did you do that? 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 Why? Where did you do that? Och nein, ich habe mich so sehr an den einen Typen konzentriert, der da war, oder besser gesagt, der da gewissen war. Wieso laufe ich immer gegen Wände? Das verstehe ich nicht. Warte, kann ich auch mal treffen? nein 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 da schaue ich mir jetzt nicht mehr an das akzeptiere ich nicht genau was ist denn das denn das ist ja oberscheißer ich habe ihn nicht erwischt ich bin so schlecht geworden das könnt ihr euch nicht vorstellen wie schlecht ich bin musik darf ich nicht sonst werde ich gebannt dann spielen wir mal eine runde der fisch wieder ok wenn ihr bock habt folgt mir auf instagram oder snapchat und ich heiße genauso wie hier und ja ich würde mich sehr freuen wenn ihr folgt und nein da gehen wir wieder raus legt mich legt mich schon mal ich krieg keine agressionsprobleme ist eigentlich jemand an warte ja nein jeder ist auf ok kann ich mal verstehen mich als freund zu haben ist einfach so scheiße und ja die vision ist mein lieblingsmap aber die vision ist mein lieblingsmap aber irgendwie auch voll scheiße mach mir ja schnell falls ein gegner vor meine schnauzen ist dann kann ich wenigstens schnell machen schnell reagieren wo ist das so maschine habe ich eine ich hätte nicht rausgehen sollen genau die reagieren erst jetzt und ich bin zu tun und zu zielen wann wirst du spondert direkt von meinen schnauzen und gilt mich erstmals ich kriege agressionsprobleme also nein oh mein gott ist das schlecht sind die schlecht schlecht ja auch ans wort ich habe noch gekriegt ja was finden was für ein gamer bin ich denn krasser boy alter da drüben ist noch wer wieso habe ich ihn nicht erwischt ja komm ich könnte mich mal ich ich gewaschen wuschen Okay, das war wohl nichts. Aber jetzt, ja, 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 ja. Jetzt, Anzeige. Fuck. Ja, genau, wie viel schluckt der denn? Vielleicht hat er Hex, 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 Hex. Hex an. Von hinten und von vorne, dieses Mischstück, Alter. Okay. Wieso schießt ihr nicht? Und extra eine Vorlage für euch nur... Also, ja, gut. Das war wohl nichts zu dienen. Oh, nein. Ich drücke einfach zu spät. Mann, ich hasse mein Leben, Alter. Diese Mullucks. Einfach diese Mullucks rasieren. Nee, aber nicht, wenn ich da bin. So. Erste Grund zum Weg. Jo, da stehen sie. Ne? Aufkau. Aufkau. Vielen Dank. Okay. Oh mein Gott, leckt er. Er leckt. Er leckt. Er leckt. Wisst ihr was? Fickt mich. Kippt mich mal alle. Wieso? Ich drücke einfach daneben. Ich drücke einfach daneben. Der mitzerte Wurde. Au, au, au. Das hat weh. Der hat gut schon gemacht. Ich spiele jetzt auch mit einer Sniper. Mit einer Sniper. Sniper Allah. Sniper. Holy crap. Ja, Kinn no. Ja gut, ich bin auch nicht der Beste im Slipen, aber naja, kann mal was für her. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ja das war's mir noch mit der Runde, folgt mir auf Insta, auf Snapchat und so, ich heiße genau wieder KakashiLP2 und hab noch einen traumhaften Tag, viel Spaß und ciao, ciao.